Zulamin ist auch da, ne? Sprechen wir einfach alle Marisch. Wir sprechen Zulamin ist auch da. Oder Ressual. Die versteht vielleicht, wie ja. Ressual spricht man nur unter Wasser. Ja. Ich sehe hier einen Fluss und kein Problem. Okay, wir gehen jetzt alle hin und tauchen in den Fluss und in die Pisse von 50.000 Leuten hier runter fließt den Kopf, um miteinander zu sprechen. Macht ihr das mal. Ich halte euch bei Füßen fest, wenn ihr hier wegfließt. Wir können auch telepathisch miteinander sprechen. Hast du die Haspray? Nein. Ich auch nicht.